Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du dein gesamtes Windows-System klonen, also exakt kopieren kannst. Zum Beispiel, um von einer langsamen HDD auf eine schnelle SSD oder von einer kleinen SSD auf eine größere umzuziehen. Da wirklich ausnahmslos alles kopiert wird, musst du danach Windows und andere Programme nicht neu aktivieren. Auch alle Einstellungen bleiben erhalten. Die Zielgruppe. Ich erkläre das Klonen ausführlich für Einsteiger. Für Fortgeschrittene gibt es Kapitelmarker in der Videobeschreibung und die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Einsteigern empfehle ich dieses Tutorial vor dem Systemumzug konzentriert und vollständig anzuschauen, damit es dann beim Klonen keine bösen Überraschungen gibt. Außerdem gebe ich dir am Ende wichtige Hinweise zur Erhöhung von Geschwindigkeit und Lebensdauer der SSD. Dieses Tutorial funktioniert mit allen Windows 7 bis Windows 11 Computern, egal ob es sich um Laptops oder Desktop-PCs handelt. Du kannst mit der gezeigten Methode z.B. von langsamen Festplatten, also HDDs, auf schnelle SSDs umsteigen. Sogar, wenn die neue SSD weniger Speicher hat, wie deine alte Festplatte. Aber auch der Umzug von einer kleinen SSD auf eine gleich große oder größere SSD ist hiermit möglich. Für den Umzug von einem alten PC auf einen neuen eignet sich das Klonen nicht. Es ist zwar möglich, führt aber meiner Erfahrung nach immer zu Problemen auf dem neuen System. Die Voraussetzungen Du brauchst eine SSD, die mindestens so groß ist, wie der belegte Speicher auf deinem alten Laufwerk. Kaufe aber nicht zu knapp. Es sollen ja auch noch neue Daten Platz haben. Wenn du auf deinem alten Laufwerk z.B. 200 GB Speicher belegt hast, dann sollte die neue SSD mindestens 512 GB groß sein. Falls du in deinen Computer nicht zwei Laufwerke gleichzeitig einbauen kannst, benötigst du ein günstiges USB-Festplattengehäuse. Das kannst du danach auch verwenden, um aus deinem alten Laufwerk eine externe Festplatte zu machen. Wenn sie die gleiche Baugröße hat. Ein Video dazu verlinke ich dir in der Videobeschreibung. USB-Gehäuse gibt es für solche 2,5 Zoll großen SATA-SSDs bereits unter 10 Euro. Und für diese M.2-SSDs für etwa 20 Euro. Links zu beiden in der Videobeschreibung. Und natürlich solltest du vorher sicherstellen, dass du das Laufwerk an deinem Computer überhaupt austauschen kannst. Zu guter Letzt benötigst du noch eine Software zum Klonen. Bei manchen SSDs ist ein kostenloses Programm dabei oder du kannst ein sogenanntes Upgrade-Kit mit Software und USB-Anschlusskabel kaufen. Dann brauchst du auch kein zusätzliches Gehäuse. Allerdings funktioniert die Software dann nur mit SSDs dieses Herstellers oder sogar nur mit bestimmten Modellen des Herstellers. Dann gibt es noch den Umweg über das Booten eines Linux-Live-Systems von USB-Stick oder DVD. Dafür startet man statt Windows ein Linux-Betriebssystem und klont dann damit das Windows-Systemlaufwerk. Das ist kostenlos, aber für meinen Geschmack zu kompliziert. Vor allem für Anfänger. Das kostenlose Programm, das ich für mein altes Klon-Video 2016 verwendet habe, kostet mittlerweile 59 Dollar im Jahr. Auch wenn ich natürlich verstehe, dass jeder für seine Arbeit bezahlt werden will, finde ich das doch etwas teuer. Das schreiben auch viele Zuschauer unter dem alten Video, die mich zu diesem neuen Tutorial bewegt haben. Deswegen zeige ich das Klonen in diesem Video mit der Software Partition Master Professional von ISAS. Diese Software ist zwar nicht kostenlos, aber sie ist zumindest günstig. Und da ich mit deren Bildschirmaufnahmesoftware sehr zufrieden bin, habe ich sie ausprobiert. Ich finde sie gut gemacht und nachdem ich den Hersteller kontaktiert habe, hat er sogar einen 20% Rabattcode für meine Abonnenten erstellt. Du findest ihn neben dem Kauflink in meiner Videobeschreibung. Deswegen habe ich dieses Video auch als Werbung markiert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kostet sie mit bereits abgezogenem Rabatt einmalig 33,27 Euro. Wenn Du sie über meinen Link kaufst, bekomme ich außerdem eine kleine Provision von ISAS. Vielen Dank für Deine Unterstützung. Die Vorbereitungen Bevor man irgendwas am Computer rumbastelt, empfiehlt sich immer eine Datensicherung. Ein Video dazu findest Du in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem empfehle ich Dir vor dem Klonen ein bisschen aufzuräumen. Damit kannst Du Speicherplatz sparen, wenn Deine neue SSD nicht mehr so viel Speicher bietet. Außerdem ist ein aufgeräumtes System immer besser. Lösche zum Beispiel nicht mehr benötigte Dateien, leere den Papierkorb und deinstalliere Programme, Apps und Spiele, die Du nicht mehr benutzt. Dateien, die Du nur selten benötigst, kannst Du zum Beispiel auf einer externen Festplatte lagern. Nur Windows auf der SSD zu haben und alles andere auf eine HDD auszulagern, finde ich persönlich übrigens nicht sinnvoll, weil das Öffnen dieser Dateien und Programme ja dann doch wieder langsam ist. Zuletzt kannst Du dann noch die Datenträgerbereinigung durchführen. Dafür öffnest Du den Dateiexplorer. Dort klickst Du auf dieser PC und machst dann einen Rechtsklick auf dem Laufwerk C. Klicke auf Eigenschaften. Hier siehst Du auch nochmal schön, wie viel Speicher Du auf der Partition C verbrauchst. Klicke auf Bereinigen. Das kann jetzt eine ganze Weile dauern. Bitte hab Geduld. Irgendwann öffnet sich dann dieses Fenster. Dort klickst Du auf Systemdateien bereinigen. Es kann sein, dass Du das mit Deinem Administratorkonto bestätigen musst. Jetzt dauert es eine Ewigkeit. Also nicht abbrechen, einfach abwarten. Und nun siehst Du eine Liste aller Dateien, die Dein Computer nicht mehr unbedingt benötigt. Da kannst Du überall ein Häkchen dran setzen, wenn Du nicht irgendwas davon noch brauchst. Dann klickst Du auf OK und bestätigst nochmal dieses Dialogfeld. Danach heißt es abwarten, bis Windows diesen ganzen Datenmüll entsorgt hat. Auch das kann wieder mehrere Stunden dauern. Danach solltest Du wieder ein bisschen mehr freien Speicher haben. Bei Dir wird das vermutlich ein bisschen mehr bringen. Ich hab das vor kurzem erst gemacht. Bestätige hiermit OK. Das Fenster kannst Du schließen. Installier Dir jetzt eine Software zum Klonen. Ich werde wie gesagt den Partition Master Professional von ISAS verwenden. Link zum Download und Rabattgutschein in der Videobeschreibung. Damit kann man übrigens auch andere Sachen machen, wie z.B. Festplatten formatieren und partitionieren. Wenn in Deinem Computer nur Platz für ein Laufwerk ist, dann steckst Du die neue SSD in das USB-Festplattengehäuse. Das ist sehr einfach. Ich zeige das hier exemplarisch. Erde Dich vorher, z.B. an einem Heizkörper. Dann steckst Du das Gehäuse an einem möglichst schnellen Anschluss Deines PCs an. Wenn Du in Deinem Computer genug Platz hast und weißt, wie es geht, kannst Du die SSD auch direkt einbauen. Ich zeige das nicht im Detail, weil es in diesem Video ja eigentlich ums Klonen geht. Ab jetzt ist die Vorgehensweise für extern angeschlossene SSDs und intern eingebaute SSDs wieder gleich. Stecke vor dem Klonen alle anderen externen Geräte, wie z.B. USB-Sticks, Speicherkarten, Drucker usw. ab und entferne auch DVDs aus dem DVD-Laufwerk. Das beugt Problemen vor. Das Klonen Nun öffnest Du den ISAS Partition Master Professional. Da er auf Systemdateien zugreifen muss, um sie kopieren zu können, musst Du das erstmal erlauben. In diesem Fenster bekommst Du weitere Software empfohlen und klickst auf Jetzt starten. Nun öffnet sich das eigentliche Programm und Du siehst den gekauften Funktionsumfang. Man kann Laufwerke klonen, löschen, Partitionen verändern usw. Hier siehst Du eine Auflistung aller echten Laufwerke und der darauf enthaltenen Partitionen. Die Festplatte 0 ist meine alte HDD. Sie heißt wahrscheinlich so, weil sie am SATA 0 Steckplatz meines PCs eingesteckt ist. Sie ist unterteilt in eine unsichtbare Systempartition und die Partition C, auf der normalerweise Windows installiert ist und die Benutzerdaten liegen. Die Festplatte 1 ist meine neue SSD. Sie ist bei mir auch in zwei Partitionen unterteilt. Bei Dir wird das ähnlich aussehen. Aber vielleicht sind bei Dir auch weitere Laufwerke verbaut. Dann musst Du darauf achten, das Richtige auszuwählen. Zum Beispiel anhand des Namens oder des verfügbaren Speicherplatzes. Hier unten siehst Du nochmal, wie groß die Laufwerke sind und wie viel Speicher belegt ist. Wie Du siehst, ist meine neue SSD kleiner wie meine alte HDD. Das ist aber egal, weil der Speicherplatz für die Menge der Daten ausreicht. Um Probleme zu vermeiden, löscht Du am besten zuerst alles auf der neuen SSD. Dafür klickst Du sie an, pass auf, dass es auch wirklich die richtige ist und dann klickst Du auf Alles löschen. Achtung! Alle Daten auf der Ziel-SSD gehen verloren. Wenn es keine neue, leere SSD ist, dann vergewissere Dich vorher, dass Du die Daten darauf nicht mehr brauchst oder irgendwo anders gesichert hast. Bestätige dann mit OK. Danach musst Du hier oben noch auf Operation ausführen klicken und dann noch auf Anwenden. Es dauert einen kurzen Moment und dann kannst Du auf Fertigstellen klicken. Nun ist alles von der SSD verschwunden. Der Speicher darauf ist jetzt keiner Partition mehr zugeordnet. Also erstmal nicht nutzbar. Dann klickst Du zum Klonen des Windows-Systemlaufwerks auf Betriebssystem migrieren. In diesem Fenster sagst Du dem Partition-Master, welches Laufwerk das Klonziel ist. Die Quelle ist logischerweise das Laufwerk mit der Windows-Installation. Die wählt die Software schon richtig aus. Und da ich nur zwei Laufwerke habe, wählt sie bei mir das Ziel auch schon richtig aus. Wenn Du mehrere Laufwerke hast, musst Du jetzt auf das gewünschte Klonziel klicken. Danach geht's weiter. Hier könntest Du jetzt die Größe der Partitionen bearbeiten. Für den Normalfall ist aber Automatisch anpassen die richtige Option. Danach nochmal auf Weiter klicken. Und dann geht sie schon los, die Klonerei. Das kann jetzt je nach Datenmenge und Computerleistung mehrere Stunden oder sogar die ganze Nacht dauern. Also Geduld bewahren und nicht wundern, wenn der Monitor zwischendurch in den Standby-Betrieb wechselt. Das Klonen geht trotzdem weiter und durch einen Klick auf die Maus kannst Du ihn aufwecken und den aktuellen Status sehen. Fürs Video kürze ich das natürlich ab. Wenn das Klonen bei Dir fehlschlägt, dann deaktiviere Deine Antiviren-Software und versuche es nochmal von vorn. Auch ein Neustart und das Beenden von Programmen, die im Hintergrund laufen, könnte helfen. War das Klonen erfolgreich, kommt ein Fenster mit Tipps zum Starten von der geklonten SSD. Das finde ich sehr hilfreich und gut gemacht. Vor allem auch diese Website mit Beispielen für BIOS-Einstellungen. Schau da gern mal drauf. Das erkläre ich aber auch hier im Video nochmal dezeralliert. Also, alles klar, fertigstellen und den Rest schließen. Wie Du im Datei-Explorer sehen kannst, wurde tatsächlich alles geklont. Nun geht's ans Eingemachte. Fahr dafür Deinen PC herunter. Natürlich soll es in diesem Video vor allem ums Klonen gehen, aber trotzdem ein paar Hinweise zum Einbau. Hast Du die neue SSD extern angeschlossen, dann baue sie jetzt statt des alten Laufwerks ein. Ich zeige das nebenbei exemplarisch bei meinem Desktop-PC. Das funktioniert aber natürlich bei jedem Laptop oder Desktop-Computer anders. Wichtig ist immer, dass Du vorher die Stromversorgung trennst und Dich erdest. Wenn Du so etwas noch nie gemacht hast, dann empfehle ich Dir, Dich vorab umfassend zu informieren oder Dir helfen zu lassen. Das alte Laufwerk kannst Du dann, falls es reinpasst, im USB-Gehäuse weiterverwenden. Hinweise dazu später. Wenn Du beide Laufwerke eingebaut hast, dann kannst Du jetzt das alte ausbauen oder drinlassen und weiterverwenden. Für Letzteres gebe ich Dir später ebenfalls noch Hinweise. Erster Start Der PC muss nun wissen, dass er von der neuen SSD starten soll. Wenn nur noch das neue Laufwerk angeschlossen ist, sollte sich das von selbst ergeben. Wenn das nicht funktioniert oder wenn Du das alte und das neue Laufwerk eingebaut gelassen hast, dann kannst Du die SATA-Stecker vertauschen oder im BIOS die Startreinfolge ändern. Das BIOS ist einfach gesagt ein kleines Betriebssystem, das sich vor Windows startet. Es ist direkt auf dem Mainboard gespeichert. Um ins BIOS zu kommen, musst Du direkt nach dem Einschalten des PCs eine bestimmte Taste drücken. Also meistens dann, wenn das Logo des PC-Herstellers kommt. Wenn es nicht klappt, dann versuche statt Herunterfahren und selbst einschalten die Option Neustart. Welche Taste Du drücken musst, kann bei jedem Computer anders sein. Oft sind es die Tasten Escape, F2, F9, F10, F12 oder Entfernen, also Delete. Entweder Du probierst es aus oder Du versuchst es anhand der Modellbezeichnung per Google rauszufinden. Oder Du hast Glück und es steht beim Einschalten des PCs irgendwo am Bildschirmrand. Wenn die Schrift zu schnell verschwindet, dann fotografiere oder filme sie mit dem Handy. Außerdem kann Dir natürlich die Hotline des PC-Herstellers weiterhelfen. Bei doppelt belegten Tasten kann es sein, dass Du die Fn-Taste gedrückt halten musst, damit die F-Tasten funktionieren. Und leider funktionieren Bluetooth-Tastaturen und Mäuse normalerweise nicht. Du brauchst kabelgebundene oder welche, die per 2,4 GHz USB-Dongle angeschlossen sind. Das BIOS selbst kann auch bei jedem PC-Modell anders aussehen und ist meist englisch. Bei vielen PCs kann man hier nur mithilfe der Tastatur navigieren. Meist stehen dann irgendwo die benutzbaren Tasten und deren Funktionen. Denke dabei daran, dass englische Tastaturen anders aussehen. Du musst auf einer deutschen Tastatur zum Beispiel ein Z drücken, um im englischen BIOS ein Y zu erhalten. Vielleicht hast Du aber auch Glück und Dein BIOS lässt sich mit der Maus bedienen. So wie hier. Bei jedem PC sollte man die Startreihenfolge ändern können. Das heißt meist Change Boot Order oder Boot Manager oder ähnlich. Suche einen derartigen Menüpunkt und rufe ihn auf. Dann stellst Du Deine neue SSD an die erste Stelle. Wie sie heißt, musst Du im Zweifelsfall erraten oder ausprobieren. Wie Du siehst, muss ich zum Ändern der Reihenfolge die Tasten F5, F6 drücken. Und in diesem Beispiel geht es ganz einfach nur mit der Maus. Bei Dir kann das alles ganz anders sein. Das hängt vom PC-Modell und Hersteller ab. Bist Du fertig, dann musst Du noch herausfinden, wie Du die Änderungen speichern und das BIOS verlassen kannst. Das steht in der Regel irgendwo. Ich muss hier zum Beispiel die Taste F10 für Save & Exit drücken und nochmal mit Enter bestätigen. Danach sollte Dein PC von dem Laufwerk starten, das Du in der Startreihenfolge ganz nach oben gesetzt hast. Wenn es immer noch nicht klappt, dann suche im BIOS nach folgenden Optionen. Secure Boot. Falls Dein PC diese Funktion hat, dann deaktiviere sie erstmal. Enable heißt übrigens einschalten. Das Gegenteil ist disable, also ausschalten. Fast Boot und ähnlich klingende Funktionen solltest Du auch erstmal ausschalten, falls es sie gibt. Sollte es jetzt geklappt haben, dann kannst Du Fast Boot und Secure Boot wieder aktivieren. Geht es danach nicht mehr, mach es wieder aus. Leider kann es beim Ausprobieren passieren, dass sich automatisch andere Einstellungen mitändern, die dann solche oder ähnliche Fehlermeldungen verursachen. Überprüfe, ob das Legacy-Booten noch aktiviert ist und ob Dein Computer vielleicht aus dem Netzwerk starten will. Du kannst vorher auch das BIOS abfotografieren, dann kannst Du im Zweifelsfall nachschauen, wie alles eingestellt war. Bevor Du Dein schnelles System genießt, solltest Du noch ein paar Dinge beachten. Falls Dein PC den AHCI-Modus unterstützt, aktiviere ihn. Das bringt nochmal mehr Geschwindigkeit. Suche im BIOS nach einer entsprechenden Option und wähle sie aus. Eine detaillierte Anleitung verlinke ich in der Videobeschreibung. Falls Du noch mit Windows 7 arbeitest, solltest Du unbedingt die Defragmentierung ausschalten. Die ist bei SSDs unnötig und verringert die Lebensdauer. Windows 8 und Neuer machen das automatisch. Deswegen kann ich es Dir jetzt nicht zeigen. Es geht aber ganz einfach. Link zu einer Anleitung in der Videobeschreibung. Außerdem wirst Du im Internet noch eine Menge anderer Tipps zum Optimieren von Windows für SSDs finden. Ich persönlich finde sie Quatsch, aber das musst Du selbst wissen. Informiere Dich aber vorher auch immer über die Nachteile des jeweiligen Tricks. Die werden nämlich meistens nicht direkt dazu gesagt. Von einer Optimierung möchte ich Dir allerdings direkt abraten. Deaktiviere nicht den virtuellen Arbeitsspeicher bzw. die sogenannte Auslagerungsdatei. Das verlangsamt Deinen PC und wird früher oder später zu Fehlermeldungen in bestimmten Programmen führen. Die alte Festplatte oder SSD kannst Du jetzt formatieren und als zweites Laufwerk verwenden. Entweder eingebaut oder im externen USB-Gehäuse. Eine Anleitung zum Formatieren von Festplatten ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn Dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gib mir zwei Daumen runter und beschimpf mich wüst in den Kommentaren. Falls Du meinen Kanal unterstützen möchtest, darfst Du gerne einen super Danke dalassen. Und wenn Du keine neuen Videos mehr verpassen willst, dann abonniere kostenlos meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Fiatiservus, ciao!